Moin Leute, ich bin's der Sascha und heute ist mal wieder Gewinnspiel Sonntag. Ich habe mir gedacht, weil ich so viele Keys mittlerweile gesammelt habe, dann mache ich mal wieder so ein Package, wo ihr euch selber ein Spiel aussuchen dürft, aber diesmal mit einer kleinen Besonderheit, ich werde auf jeden Fall nächste Woche Sonntag fünf Keys raushauen, beziehungsweise sechs Keys, also ein Package und vier Spiele und also nicht wie beim letzten Mal, da durftet ihr euch ein Spiel aussuchen und nur einen Gewinner gab es, also nächstes Mal wird es fünf Gewinner geben und ich stelle euch die Spiele jetzt alle mal ganz kurz vor, die ihr gewinnen könnt. Ja, also ich fange an, ganz klassisch erstmal mit Soundself, das ist für Steam, ja, das ist diese Meditativ-App, wo ich geholt habe wie ein Wolf, davon habe ich einen Key, ja. Dann mache ich euch ein schönes Package aus Plumber und Color Invader, ja, das sind kleine Minispiele, beide A4,99 Euro, beide für den Oculus Rift Store, beide vom selben Entwickler und wer sich dieses Package wünscht, bekommt dann Plumber und Color Invader. Dann gibt es einen Key für Witching Tower Heroes von Steam, ja, das Ding kostet 6,79 Euro meine ich, ist eine Auskopplung vom normalen Witching Tower, das ist ganz witzig muss ich sagen, nur leider gibt es den PvP noch nicht, der wird noch freigeschaltet, also man muss zur Zeit alleine reinschauen, aber wer da Interesse hat, darf sich dann dieses Spiel wünschen. Und dann nehme ich natürlich noch ein Space Blockbuster Key mit rein, das ist auch für den Oculus Rift Store, das Ding war auch relativ witzig, kostet 9,99 Euro, ist so eine Akanoid mit so einem Squash-Schläger, ich fand es richtig gut und wer das haben möchte, kann das dann bei mir gewinnen. Und zu guter Letzt natürlich noch The Eastern Age, auch da habe ich Keys bekommen, das Ding finde ich richtig cool, kostet 14,99 Euro, ist auch für den Rift Store und auch den verlose ich. So, was möchte ich erstmal dafür haben, natürlich möchte ich erstmal wieder ein Like haben für dieses Video, für dieses Gewinnspiel, dann natürlich, dass ihr dieses Video teilt, wo immer ihr möchtet, Discord, Facebook, Messenger, WhatsApp, ruft einen an, auf der Straße und so weiter, ihr kennt das, dass das einfach alles ein bisschen bekannter wird und mein Kanal natürlich auch. So, und als Kommentar, jetzt ganz knackig und einfach, ihr sagt einfach, welches Spiel oder das Plumber Color Invader Package, was ihr euch wünscht, ja bitte nur ein Titel, also wer zwei Titel nennt, ist raus, ja muss ich ganz klar sagen, bitte nur einen Titel nennen, ihr dürft gerne dabei schreiben, warum, das ist euch frei überlassen und dann geht ihr alle in die Lostrommel und das läuft dann nächste Woche am, ich muss kurz gucken, am 31.05.09 Uhr wieder aus und dann werde ich ziehen. Also den Soundself Key habe ich einmal, das heißt, wenn ich jetzt ziehe und Soundself wird gezogen, dann ist das raus, ich ziehe dann natürlich weiter, wenn derjenige nochmal gezogen wird oder jemand anders, der auch Soundself zum Beispiel haben möchte, der hat dann natürlich leider verloren, weil es gibt nur ein Key und das mache ich dann mit jedem Spiel. Ich lose also so lange aus, bis alle fünf Spiele bzw. das Package raus sind, ja. Wenn natürlich jetzt nur einer, weil ich mal Soundself haben möchte von euch und sonst keiner, weil das ja ein sehr, sehr spezieller Titel ist, dann hat derjenige natürlich sofort gewonnen, ohne dass ich ziehen muss, bei den anderen Spielen natürlich das Gleiche. Dann hoffe ich auf eine rege Teilnahme, es ist bunt gemischt, sollte für jeden was dabei sein. Ich habe natürlich von einzelnen Spielen noch mehr Keys, so wie Space Blockbuster und Witching Towers. Das werde ich dann irgendwann nochmal separat einzeln verlosen. Nur da ich jetzt so viele Keys habe, habe ich mir gedacht, komm, da machst du mal wieder so ein, ja, was Oculus nicht hingerichtet, so eine kleine Geburtstagsparty hier für die Oculus Quest. Das sind zwar keine Quest Keys, ich weiß, habe ich leider nicht. Ich habe nur diese Rift und Steam Keys, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut, dann drücke ich euch alle Daumen, die ich habe, das wisst ihr. Hier, nimmt Rege teil, schön teilen, Däumchen dalassen, kommentieren und dann freue ich mich. Gut, dann haben wir das und wenn natürlich noch Fragen sind zum Gewinnspiel, könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren schreiben, das ist gar kein Problem. So, ich wechsle natürlich dann jetzt wieder hier zu Audio Trip. Ihr wollt ja wissen, wer das Ding gewonnen hat. So, zack, da bin ich. Ja, Audio Trip, 188 Aufrufe, das war sehr gut, 39 Likes, einer meiner besseren Gewinnspiele wieder, also das Ding war sehr angesagt und mit 79 Kommentaren inkludiert meinen Antworten. Also, ihr seid da schon ganz schön heiß drauf auf Audio Trip, das muss ich sagen. Und ich muss sagen, der größte Teil von euch kann echt nicht genug bekommen vom Musikrhythmus-Spielen. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe da jetzt auch eigentlich mehr mitgerechnet, dass viele sagen, meh, möchte ich nicht mehr, ist zu viel. Aber okay, wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, dann liebe Entwickler, dann macht noch mehr Musikrhythmus-Spiele, die Leute schreien danach. Ich gehe jetzt nicht alles durch, also wir können einmal kurz runterscrollen, ihr seht, das ist eine Menge. Also, das Interesse war echt sehr, 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 sehr groß. Ihr lädt sogar noch nach, da kommt noch mehr. Und noch mehr. Ja, also, die Chancen natürlich jetzt, dass jeder von euch oder der Einzelne, der es gewinnen kann, ist natürlich jetzt ein bisschen geringer bei dieser Teilnahme. Aber ich habe mich natürlich gefreut. Ja, ich wechsle jetzt direkt in den Comment-Picker. Ich habe das auch schon eingegeben, also 34 Kommentare zählen. Ich entscheide natürlich dann wieder bei der Auslosung, ob der Kommentar zählt oder nicht. Aber bis jetzt hat es ja immer gezählt, also da gab es ja noch nie Probleme. Und ich drücke euch wieder mal alle Daumen, wie jeden Sonntag, gehe auf Start Raffle und dann wollen wir mal schauen, wen der Comment-Picker sich heute aussucht. Ab dafür, Leute! So, XADA-X kenne ich nicht, ist glaube ich neu. Erstmal jetzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Rhythmus-Games sind in Feuer einfach der perfekte Mix aus Zocken und Fitness. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von den Lederboards bei Beat Saber. Audio-Trip wäre das perfekte Spiel für etwas Abwechslung. Die Abwechslung hast du jetzt. Ist ein tolles Spiel. Läuft jetzt wie folgt. Ich werde diesen Kommentar nochmal kommentieren mit Glückwünsche und werde dich darin bitten, dich via Messenger, Discord oder auch E-Mail, die schreibe ich wieder aus, das Add auch, mit einer eckigen Klammer, kennt ihr. Und dann setzt du dich bitte mit mir in Verbindung und dann bekommst du den Quest-Key. Ja, das Ding ist cross, du kannst es sogar auf der Rift spielen, wenn du möchtest, habe ich aber selber noch nicht gemacht. Und dann viel Spaß damit. Ja, allen anderen jetzt wieder viel Glück bei der Teilnahme vom neuen Gewinnspiel. Alle, die für Audio-Trip ein Abo bei mir abgeschlossen haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir bleiben würdet. Aber ich kann natürlich keinen zwingen, das wisst ihr. Und ja, dann losen wir das nächste Woche Sonntag aus. Das wird dann ein bisschen eine längere Auslosung, weil ich ja, wie gesagt, fünf Gewinner dann haben werde. Hoffe ich, ja, dass dann auch wirklich für jeden was dabei ist. Ansonsten, schönen Sonntag wünsche ich euch, wie immer. Danke für die rege Teilnahme. Bleibt mir treu. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem Haufen Videos wieder. Samstag News und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Gewinnspiel. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Ciao.